Teil 12 Wurmlöcher Samstag, 16 Uhr Charles lag entspannt auf dem Sofa. Alle waren unterwegs. Es war himmlisch, nichts Störendes, nur Pink Floyd und Shine on, you crazy diamond. Er sog den Sound in sich auf, bis das Telefon klingelte. Warum hatte er nur abgenommen? Es war Rose. Sie erzählte irgendeinen Schwachsinn von einem Esoteriker, der Raymond belästigen würde. Dann verplante sie, ohne mit der Wimper zu zucken, Charles freien Samstagabend. Der erste seit sechs Wochen. Ziemlich angenervt fuhr er ins Theater und holte sich das vermaledeite Kuvert. Nachdem er alles durchgelesen hatte, überlegte er, wie er Reading unauffällig und schnell auf den Pelz rücken könnte. Es erübrigte sich Ted, um Rat zu fragen. Ted war Reporter und Charles' Freund. Schon der Gedanke an ihn brachte Charles auf eine gute Idee. Er wählte die Nummer von Arthur Reading. Frech behauptete er, der Journalist David Niven zu sein. David Niven wollte über Readings abendlichen Vortrag einen Artikel verfassen. Der Esoteriker lud ihn daraufhin spontan zu einem persönlichen Gespräch ein. Charles nahm an und fuhr eine Stunde später zu Readings Büro. Charles, alias David, hatte sich zuvor eine dunkle Perücke auf den Kopf gestülpt, ein paar Schminktipps von Rose angewandt und eine Hornbrille aufgesetzt. Er sah total bescheuert aus, was ihm nur recht war. Hauptsache, niemand erkannte ihn. David klingelte und Reading öffnete persönlich. Der Paraphysiker sah wie ein völlig normaler, älterer Geschäftsmann aus. Solche Typen gab es in London zuhauf. David war enttäuscht. Er hatte mehr erwartet. Zumindest eine Einstein-Frisur oder extravagante Klamotten. Der Ufologe schüttelte dem vermeintlichen Journalisten begeistert die Hände. Es ist schön, dass die breite Öffentlichkeit endlich über meine Arbeit informiert wird. Kommen Sie herein! David betrat die Büroetage und Reading führte ihn in ein Besprechungszimmer. Das Mobiliar verströmte den Mief der 80er-Jahre. Nicht gerade eindrucksvoll. Nehmen Sie Platz! Nehmen Sie Platz! Kaffee? fragte Reading. Nein, danke. Ich trinke nur Tee, lehnte David ab. Kein Problem. Ist im Nu fertig! Reading verschwand und David schaute sich im Raum um. Auch die Details offenbarten Readings altbackenen Geschmack. Nur an den Wänden hingen extravagante Grafiken. Er stand auf und betrachtete sie. Auf den Bildern waren sonderbar gekrümmte Striche zu sehen. Äußerst aufschlussreich, nicht wahr? bemerkte Reading, als er mit einem Tablett ins Zimmer zurückkehrte. David zuckte die Achseln. Darf ich sie David nennen? Mein Vorname ist Arthur, schlug Reading vor, während er Tee einschenkte. Gerne, Arthur. Und nun erzählen Sie mir bitte von Ihrer Arbeit. Ich bin sehr gespannt. Also, ich bin kein Anhänger der Ufologie. Ich glaube nicht an Außerirdische, die in fliegenden Untertassen aus dem All aufkreuzen und unsere Erde auskundschaften. Das ist reiner Blödsinn. Reading blickte David fragend an. Ein freischaffender Journalist, der über außergewöhnliche Phänomene berichtet, kennt sich doch sicher ein bisschen mit Astrophysik aus, oder? David deutete souverän ein Nicken an. In Wahrheit hatte ihn die Astrophysik bis dato nicht die Bohne interessiert. Reading kramte Abbildungen aus einer Schublade. Schauen Sie die Galaxien an. Wunderschön, nicht wahr? Sie liegen unendlich weit voneinander entfernt. Es ist unmöglich, von der einen zur anderen zu gelangen. Und doch kann kurzzeitig eine bizarre Verbindung zwischen den beiden entstehen. Aha, und wie ist das möglich? fragte David nach. Tja, durch temporäre Verwerfungen im Raum und der Zeit entstehen Wurmlöcher. Sie verbinden die Galaxien für einige Momente miteinander und schlagen der Entfernung ein Schnippchen. Haben Sie sicher schon von gehört, oder? Klar, darüber habe ich einiges gelesen, stimmte David zu. Insgeheim war er verwirrt. Er kannte den Begriff Wurmlöcher bisher nur im Zusammenhang mit alten Möbeln oder Fallobst. Wurmlöcher haben einen ganz geringen Durchmesser. Er ist so verschwindend klein, dass die Wissenschaft annahm, nichts könnte durch sie hindurch schlüpfen. So ist es, pflichtete David bei und machte sich Notizen. Nun, ich habe den Stoff entdeckt, der zwischen den Galaxien ausgetauscht wird. Bewusstsein. Was? Wie bitte? Bewusstsein. Bewusstsein besteht aus Teilchen. Diese winzigen Partikel bilden die Ursubstanz aller Materie. Sie haben die Form von Fädchen. Ich habe nach jahrelanger Forschung einen Apparat gebaut, mit dessen Hilfe ich Bewusstsein scannen kann. Die Scans beweisen endgültig die Existenz der Partikel und zeigen deren unterschiedliche Formen und Schwingungsmuster. Schauen Sie sich die Bilder an der Wand an. Das Dunkle ist nur ein Standbild, aber die anderen sind einmalige, sensationelle Aufnahmen von Bewusstsein. Reading schaute David triumphierend an. Puh, der Kerl ist ja total durchgeknallt, dachte David und fragte, um welche Art von Bewusstsein handelt es sich? Eine gute Frage. Sie haben verstanden, um was es mir eigentlich geht. Schauen Sie. Reading stand auf und zeigte auf eine der Grafiken, die an der Wand hing. Das ist die Abbildung vom Bewusstsein eines Menschen. Die Fädchen sind sichelförmig gebogen, wie bei allen Gewöhnlichen. Rechts davon hängt eine Grafik mit S-förmig gebogenen Fädchen. So sieht außerirdisches Bewusstsein aus. Sehr aufschlussreich, merkte David an. Nicht wahr? strahlte Reading. Nur einige wenige Menschen sind bisher mit außerirdischem Bewusstsein in Berührung gekommen. Der Kontakt veränderte die Schwingungsmuster ihres Bewusstseins. Sie entwickelten Fähigkeiten, die andere Menschen nie haben werden. Unglaublich. Sie kamen und kommen zu fast göttlichen Einsichten, die den Normalen versagt bleiben. Sie finden völlig neue Antworten auf die großen Fragen der Menschheit. Ich vermute, dass die Partikel der Grundstoff des kosmischen, göttlichen Gesamtwerkes sind. Verstehen wir ihre Natur, so kommen wir Gottes Schöpfung ein Stückchen näher. Reading hatte sich in Rage geredet. Und hier habe ich noch etwas ganz Besonderes für Sie. Arthur konnte sich, obwohl er es besser wusste, nicht zurückhalten. Er nestelte ein paar Fotoabzüge aus einem braunen Umschlag und breitete sie auf dem Tisch aus. Großer Gott, rief David entsetzt. Reading deutete die Reaktion falsch. Er war beglückt über so viel spontane Begeisterung. Auf den Abzügen waren Raymond und Chrissy abgelichtet. Raymond umgab eine dünne, grüne Aura, die vor allem um seinen Kopf herumstrahlte. Chrissy war in eine blaue Aura getaucht. Die beiden Jugendlichen haben mit hoher Sicherheit Kontakt zu außerirdischem Bewusstsein gehabt. Ich habe die Fotos mit einer speziellen Kamera gemacht. Sie nimmt neben Licht auch kosmische Strahlung auf. Schauen Sie sich die Auren an. So eine starke Strahlung ist einzigartig. Gibt es noch mehr Bilder? fragte David. Er konnte kaum glauben, was er sah. Die hässlichen Ohrringe der beiden fluoreszierten. Deshalb war Reading hinter ihnen her. Der Trottel, der hielt Raymond wahrscheinlich für den neuen Messias. Verdammt, so ein dämlicher, absolut nutzloser Tant hatte es tatsächlich geschafft, seinen freien Nachmittag zu versauen. Aber irgendwie war es auch amüsant. Arthur kramte in eine Mappe, Chrissy und Raymond vor dem Theater, mit Gepäck am Eingang einer U-Bahn-Station. Charles konnte nur mit Mühe einen Lachkrampf unterdrücken. Hochinteressant, kann ich die Abzüge für den Artikel verwenden? fragte David. Er hatte genug gesehen, es wurde Zeit zu gehen. Nein, auf keinen Fall, wehrte Reading ab und steckte die Fotos in das braune Kuvert zurück. Ich kann Ihnen Abbildungen von den Fädchenformen geben und meinen kleinen Prospekt. Das wäre schön, antwortete David. Beim Hinausgehen bedankte er sich für das aufschlussreiche Interview und versprach Reading den Artikel, bevor er veröffentlicht wurde, zuzusenden. David ging heim und wurde wieder zu Charles. Abends schaute er bei Readings Vortrag vorbei. Er blieb allerdings nicht lang. Der Kerl brachte nichts Neues. Er war bloß ein abgehobener Spinner, der sich viel zu wichtig nahm. Charles kaufte Blumen, leuchtende Gerberas, für seine Rose. Er ging zum Theater, um sie zu überraschen. Als er an der Maske klopfte, öffnete ihm Janet. Rose würde heute Abend nicht arbeiten, sie hätten ihre Schicht getauscht. Charles traute seinen Ohren nicht. Rose teilte ihm seit 20 Jahren jeden Morgen ihre exakten Pläne für den Tag mit. Falls sich mal etwas verschob oder ausfiel, rief sie ihn sofort an und informierte ihn, egal wie unwichtig es war. Auf seiner Mailbox war nichts. Er wählte ihre Nummer. Die Teilnehmerin war im Moment leider nicht zu erreichen. Besorgt düste Charles zur Wohnung. Ein Taxi hielt vor dem Haus, als er heranfuhr. Raymond und Chrissy stiegen aus und verabschiedeten sich lautstark von Carlo und seiner Begleiterin. Sie gingen ins Haus. Charles blickte zu den dunklen Fenstern der Wohnung hinauf und ging ihnen nach. Im Hausflur hörte er Chrissy sagen, Niemand ist da. Wann kommt Rose heim? Demnächst, sie hat Spätschicht, antwortete Raymond. Offensichtlich hatte auch er keine Ahnung, wo Rose steckte. Ein Malt, Whisky und Guinness nach dem anderen spülten die lästigen Fragen, die ihn bedrängten, nicht weg. Hatte Rose, seine Rose, Geheimnisse vor ihm? Was verbarg sie vor ihm? Und seit wann? Gab es jemand anderen in ihrem Leben? Wie hieß der Schuft? Er hätte das Apartment nie annehmen dürfen. Seine Gedanken drehten sich im Kreis und verhedderten sich immer mehr zu einem hässlichen Knäuel. Sam, der Wirt, platzierte schwungvoll ein weiteres Glas mit dem dunklen Biergebräu vor dem schwer angesäuselten Charles. Dein Letztes. Wir schließen in zehn Minuten. Charles leerte das Glas in einem Zug, bezahlte, schwankte voll Selbstmitleid aus dem Vorleihens und wankte zu seinem Apartment. Er plumpste auf das schmale Bett und fiel in einen unruhigen Schlaf. Das war Teil zwölf von Scromax und die Suche. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf Scromax.de und die Suche. Das war Teil zwölf von Scromans und die Suche. Das war Teil zwölf von der Schlaf Die Suche